Der neue Capri. Eine klare Linie der Vernunft. Mit einer dritten Tür im Heck, die weit nach oben schwingt. Mit einem Gepäckraum, der sich noch vergrößern lässt. Mit einer Linie aus dem Windkanal. Glatt und windschnittig. Damit die Luft fließen kann und kein Tropfen Benzin mehr als nötig verbraucht wird. Dieser neue Capri tritt jetzt bei ihrem Ford-Händler in Aktion. Tun Sie es auch. Capri 2. Von Ford.